gut dann geht es mal weiter heute machen wir dann als nächstes genau jefferson plaza abgeschlossen hier ist auch ein haupteinsatz space administration da ist jemand müde dann machen wir das da mal weiter was denn welches level hast du 22 bist du ein gelbes scharfschutz im gewehr weil jetzt hätte ich noch mit ihr teilen können ist einfach schnell gereist ist wenn wir zum gegner latschen die sind gegner ich nehme gerne schnellen wegen der ihr habt ihr es aufgesonnen hat mich so machen richtig was ich hab die noch nicht entdeckt ich bin erst level 13 jetzt war es nicht entdeckt die bereiche hier ich könnte ich könnte nicht weiss ich habe nicht meine vielleicht könnt ihr auch schnell hinreisen das weiß ich jetzt nicht warte mal das muss ich jetzt noch alles gucke ich mal gerade nach nein wäre nicht möglich ich kann auch zu meinen den reisen die ich auch ohne krimine entdeckt habe ja gut ihr zockt halt privat ohne irgendwelche aufnahmen ich bin halt wir sind dann ich bin da nur auf eine aufnahme ich tage gar nichts privat ist mir eigentlich egal ob das spiel geheizt oder nicht dann immer noch ja privat geht es schneller dann wäre ich wahrscheinlich auch schon ein ordentliches stück weiter ich habe einen gegner gegen mich also ich habe auch ich habe ihn Das ist mein gelber Gegner, habe ich das Kind. Ja, ich habe hier auch den Geld, wir haben das. Ein, zwei, aber das ist gelb. Ich habe mein Scharfschützengewehr. Hat dem nicht gefallen. Ich habe keine Medikids mehr. Ich habe auch leider... Doch, ich habe noch eins. Äh, zwei habe ich noch. Ei, die ging auf... Oh, sie ist im Weg, jetzt wird fast gestorben. Nee, ich stand tatsächlich nicht im Weg, du wärst weggekommen. Ich habe es aber auch abgekriegt. Nee, du hast meinen Sprung, ich konnte nicht wegkriegen. Okay, warte, ich hole dich wieder. Hab dich. Danke schön. Dann gehen wir mal... Ich habe den Shirt-Stil aus Neutralisieren, habe ich hier noch nicht. Was ist das? Ich bin in 60 Metern bei diesem Space-Zentrum. Ähm... Also ich muss aufs Klo, ich komme dann zurück. Ich warte vor dem Space-Zentrum auf euch. Dann mache ich mal kurz... Ich kann dir auch schnell reisen. Ja, wollte ich gerade sagen, schnell reise kurz eben hin. Dann warten wir einfach kurz mal ab. Jetzt kann... Jetzt kann ich nicht. Jetzt bist du hier gefecht. Okay. Weil ich... Bin jetzt eigentlich schon quasi dahin zu ihr unterwegs. Ja, ich auch. Aber hier auf meinem Weg, wo es mir angezeigt, sind Gegner. Okay. Und zwar viele. Ich habe immer noch keine Medikins. Hm? Hm? Also ich wäre jetzt bei Rebi, wo hängst du rum? Da hinten irgendwo. Bekommst du Sinn oder brauchst du Unterstützung da hinten? Ich schau mal. Ach, nö. Da nutzt es mich durch einen Kontrollpunkt von den Gegnern. Hm. Ja. Wieder da. Warte, jetzt kann ich schnell reisen. Gefecht ist vorbei. Ich bin schon da. Warte, da hinten sind Gegner. Ich hole die mir jetzt. Ich komme jetzt. Rebi, du bist im Punkt drin. In der Mission drin. Die hören gar nicht zur Hauptmission. Die sind noch draussen hier. Du stehst aber trotzdem in der Mission drin. Was sind denn? Ich habe zwei Gegner hier. Ja. So. Weil, wie gesagt. Nicht, dass die uns beschissen... Ja, ist ja egal. Nicht, dass die euch beschissen, wenn ihr da erstartet. Ach so, okay. Gut. Da nur gerade so aus, äh, Mitglied hat, äh, Gruppenmitglied hat der Schnell Einsatz begonnen. Nö, der Schneller ist da schräg rein durch das Gelbe da oben durch. Das wäre der Einsatz. Alles draussen ist der, nicht der Einsatz. Also du warst jetzt hier drin und da hieß es der... Eigentlich ist der Einsatz, wenn du über die Mauer kletterst. Bei den Gelben. Ja. Alles Gute. Dann machen wir mal. Dann startet Cabin jetzt. Ja. Genau. Dann, let's go. Da geht der Einsatz los. Warte noch, warten. Zu spät. Sechs mal kannst du warten, bis wir alle in Deckung sind, bevor du anschiest zu schiessen. Ja. Sorry, da war ich nicht so schnell vor... Äh... Wir sind so schnell voraus. Was ist hier hin? Dankeschön. Ah, da hinten ist einer. So. Gut, dann mal kurz wieder auffüllen hier. Der Kontrollraum befindet sich oben im Atrium. So. Dann weiter. Ja. 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 Die Alarmanlage hört sich an, als würde eine Katze die ganze Zeit mauen. Oben auf der Balkon steht einer. Ist weg. Wo ist denn die Raketen, Heini? Überhaupt. War oben. Sehr gut. Zweiten Stock erreichen. Du hast ne Kugel? Wir haben ganz viele. Schön zu wissen, wie das Wetter hier gerade ist. Von der Seite! Wollt ihr Frapps von links könnte was kommen? Naja. So war alle. Der macht mal wieder einen. Der Triathlon. Ah, war sein letzter. So, Zugang. Ah, hier. Genau, nehmen wir mit. Wieder ein bisschen Munition auffüllen. Eingang soll ich den Steuerraum finden. Welcome. Ah, nein, nein, nein. Wer ist das da rüÁER? Komm da raus! Ja, ich bin schon dran, hab ihn, oder beziehungsweise auch mit hab ihn. Ja, ich brauche mich drauf. Sie flankieren, sie flankieren. Ja, das sag ich ja mit dem Rücken. Ich glaube, jetzt sind doch etwa drei an mir vorbei gerannt. So dass ihr es wisst. Hier muss aber noch irgendwas, in diesem Nebenraum ist noch ein roter. Ne, es ist violetter. Es ist violette 2-3. Der eine hat es auf jeden Fall schon gut getroffen, der ist jetzt wieder unterwegs zu mir. Ich habe ihn zurückgejagt. Ja, wunderbar. Welch eine Überraschung, dass mal wieder irgendwas auf dem Dach ist. Ja, wenn du weisst, welche Emission. Nicht spoilern, nicht spoilern. Du siehst ja eh gleich. Ja, aber du Satelliten ausrichten musst. Je drei Satelliten, das sind ja drei, ne? Wie viele waren es? Vier? Drei, glaube ich, ne? Ja, dann passt das ja. Vier? Nein, ich glaube vier. Keine Ahnung. Ich habe zwei ausgerichtet. Du? Ich habe auch. Dann sind es vier. Kontrollterminal offline. Da das Hauptterminal defekt ist, sind wohl ein paar zusätzliche Schritte nötig. Suchen Sie nach einem funktionierenden Computer. Ja. Hier ist noch einer. Der ist es. Wir brauchen eine gute Antenne und einen noch besseren Funksender. Beide finden Sie hier. Gehen Sie da raus und richten Sie die Satellitenschüsseln aus. Unter jeder sollte sich eine Konsole befinden. Gut. Da haben wir... Drei haben wir übrigens insgesamt. Drei Satellitenschüsseln, nicht eine. Ja. Ich nehme die links. Ne, ich bin eigentlich tatsächlich nicht ganz links unterwegs, sondern auf die Rechte zu C. Okay. Ich bin dran. Ach du, das geht verdammt lang, ey. Naja, merke gerade. Ich bin auch dran. Ich bin auch dran. Sie ist ausgerichtet, aber ich muss euch jetzt... Same hier. Ausgerichtet. Zurückziehen dringend. Ich werde es nicht schaffen. Tja, hat nicht gereicht, um die auszurichten. Okay. Ich weiß es nicht. Ich war bei 99% oder so und da kam ein Scharfschützen-Tipp um die Ecke. Nein, ich war nicht noch ein Scharfschützen-Heini. Es war noch einer. Glaube ich. Ich liege hier, glaube ich. Ich liege hier direkt daneben. Auf dem Weg. Ich muss aber irgendwo noch ein Gegner sein. Ja, ist direkt hier mit dem Raum. Und nochmals einer. Achtung. Außen. Das ist die Rotflinte. Ich glaube, ich habe ihn zu holen. Er zu holen. Ja, äh. Na komm. Wo bist du, Red? Die liegt daneben. Ne, leg mich rein. Ich gebe auf. Wo ist sie? Ich sehe sie. Sie ist hier daneben. Nein, ich komme zu dir und du gehst da weg von mir. Komm, leg mich rein. Nein, es wird zu wurscht. Ich komme nicht mehr. Komm, dann läuf zu jemandem hin und der entfernt sich wieder. Ich spiele nicht mehr mit. Ich habe dich nicht gesehen. Nein, ich spiele nicht mehr mit. Das hat mir jetzt gerade gereicht. Und sie richtet den restlichen Satelliten noch aus. Das ist klar. So. Den ich zu 99% ausgerichtet habe. Ich mache das alleine. Nein, nein. Wir kommen ja schon neue Gegner. Ach komm, rappe hier. Nein, sorry. Wir sind den ganzen Tag schlecht gelaunt. Ja, du willst... Mensch, man geht zu dir hin und du gehst doch weg von einem. Komm, leg mich rein. Ich habe dich nicht gesehen, weil da war ein Gegner. Dumm. Nein, komm, leg mich. Ein Gegner. Mega Problem für einen. Ja, wenn er mich am Töten und du und Kevin kaputt sind, ja. Top. Mach dir in die Hose von einem Gegner. Ich bin den zu Hütten gegangen und dann war ich bei Kevin. Und dann habe ich gedacht, du bist auch da. Und dann habe ich ganz schnell mit Kevin gewonnen. Sie lag halt unternehmen. Deswegen wollte ich gerade auch ansetzen, Raby zu holen. Weil er zu holen wäre sinnvoll da gewesen. Weil sie noch länger lag. Ja, aber dort war ein Gegner ja noch draussen. Wenn ich den nicht hole, schießt er mir eben den Rücken während dem Beleben. Kapiert ihr das jetzt nicht? Ihr kapiert auch, dass ihr mich hier. Wenn der ganze Zeit mit dem Gatten alleine lässt. Das ist kein Team, ey. Ich muss mich nicht wiederverleben. Ich starte in zwei Sekunden nach. Ich akzeptiere es gar nicht, dass ich eine Wiederverlebung bekomme. Du kannst mich mal. Siehste? Aua. Der hatte, glaube ich, eine Schrotflinte oder sowas in der Hand. Du brauchst jetzt eine Wiederbelebung sonst wo ihn stecken. Na, der Gegner ist wichtiger. Egal. Der ist nämlich auch gerade noch. Danke. Aber trotzdem. Boah. Das ist auch wieder so ein Granaten-Heini. Zauber. Zauber. Er müsste in den unteren Ebenen sein. So. Untere Stockwerke. Versuchen. So. Jetzt muss ich mal das Loot mitnehmen. Safe is safe. Alles mitnehmen. Was hier liegt. Hm. Okay. So. Uhh. Ach nö. Nööööööööö posição Das heisst doch nöööööö... Wie ist die Rolle? ch ohj ok In diesem Modul befindet sich der Transmitter, um die Verbindung mit den Satelliten aufzubauen. Agent, aktivieren Sie die Kran-Sequenz, dann haben wir es geschafft. Den Kran aktivieren. Ich wäre unterwegs noch hin zu der Konsole. So, Kran läuft. Wir können den Sender bergen, sobald der Kran angedockt hat. Da kommt wieder Gegner. Eieieiei, das knallt gerade extrem. Deckt darüber ist noch einer. Oben links, bei Ani, bei dir könnte er auch gar nicht zu kommen. Achtung. Achtung. Ich kriege einen Schuh. Da oben steht was Violettes, genau. Und da läuft direkt was hinterher. So. Ich will mir gleich meine Division geben. Was möchtest du? Sie hat mir gesagt, ich gebe dir gleich deine Division. Das ist nett. Dass wir noch Geschenke verteilen hier. So. Kann ich das mitnehmen. Und wieder neue Gegner. Ich frage mich, wo die mal herkommen, ja? Wo muss ein Nest sein? Ja. 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 So viel Spaß jetzt dann hier nachher. Ja. Okay. Na dann schauen wir mal, wie das gleich läuft. Ja. Ja. Na, von oben was rotes. der schweizer fahne umrecht darum rechts wo der gegner gerade war das grüne zu wo der gegner ja kam eben hier hängt noch eine italienflagge den u hf trotz mit der entfernen ich gehe mit dem rest der einrichtung dann können wir die verbindung zu den satelliten der die wäsche herstellen Licht aus mit einer interessanten pyro show es war gut ich mag es nicht angezündet zu werden ich wollte sie nicht so hautnah spüren ich stehe genau unter dem arschloch schiesst sich selber abkomm wie es anis charakter wie es bei anilex designer getan hat das ist leider ganz schwierig gerade ich habe mich jetzt auch erwischt ich wollte ja auch durchgehend gerade gegrillt ich bin jetzt gar bei mir ist die gegner ich kann leider nicht mehr starten ohne dass ich jetzt ich weiß nicht ob er mir oben noch ein gegner rumläuft ja der hat mich auch gut eben erwischt er hat mich auch gut mit zwei drei granaten gerade hintereinander gekriegt das ist extrem schwierig gewesen ich sag ja ich bin gar ich versuche clevin zu holen an ihnen bleib du in deckung er schiesst achtung aber auch für mich anscheinend aber wie reden alle gegner noch bei mir jetzt bin jetzt da wieder dankeschön das ist ja bei dir war den habe ich gott oder mitgeholt ich weiß nicht ob noch jemand drauf war sonst es war gut jetzt mit diesen scheiß granaten warum immer ich eigentlich wo sitzt er überhaupt ja ich hab's schon wieder erwischt ist der denn da unten es ist ja also bei mir ist auf jeden fall doch noch ein gegner aber ich weiß nicht ob diese granate habe ich dachte auch oben sitzt der immer noch ob ich da kommt drunter granate jetzt ist ja nur noch ein zu er kommt ganz runter er bin gleich eben ich hole kevin noch mal oder versuch es geht nicht ich bin genau in den gegner drin ja dann konzentrieren wir uns auf die gegner wenn es wie gesagt wenn es absolut nicht geht zuerst muss ich dich mal heilen dann das geht gerade absolut nicht ne ach alles gut wir sind sehr nah aufeinander ich versuche ein bisschen weg zu gehen ich habe keine medikits mehr ich kann mich nicht heilen ich versuche krevin zu holen trotzdem krevin bist du bereit geht los ja ich bin da ich werde beschossen ich weiß nicht ob ich das schaffe du bist du bist du bereit ja du bist du bereit das war gerne komplett anderer ecke der kommt ab mich und digg ich hab ihn gegner herr und zwar der kriegt jetzt ein bisschen beschäftigung Der kriegt jetzt Drohne und Geschütz. Der Dick ist Geschichte. Sauber. Das meinte ich mit ein wenig stressig ist die Mission. Ja, die war nicht ohne gerade. Trotz den super Job gemacht. Nice. Level 14. Wo geht's raus? Hier. Ja, genau. Was, Rebi? Auch schon weg? Ja, nee, einsammeln, was noch rumlag. Oh, eine Trophäe bekommen. Globale Kommunikation. Ja, definitiv war die Mission nicht ohne. Die war aber auch gut gemacht, aber gut. Tatsächlich. Aber stressig. Gut. Dann machen wir hier mal Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ab zu zweit oder zu dritt, da stehen wir noch in den Sternen. Aber das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Wir sehen uns bis dahin.